Musik Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, heute gibt es kein Eierlikör, aber ich bin saumäßig müde. Ähm, wir müssen jetzt folgendes machen, dabei haben wir ein Problem. Ich hatte eigentlich schon eine neue Fracht rausgesucht, ich denke mal, die werden wir verpassen. Aber wir müssen erstmal eine Runde schlafen. Das nutzt alles nix, Route zurücksetzen. Und ich würde sagen, wir fahren in unsere eigene Werkstatt. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Das soll nicht noch irgendwo reinrauschen. Und dann gucken wir, was wir für eine Fracht finden. Ähm, ich würde so langsam mal wieder Richtung Deutschland fahren wollen. Ja, warum bin ich müde? Letzte Nacht, ich habe gar nicht mal schlecht geschlafen, aber wieder zu kurz irgendwie. Und ich merke solche Sachen dann direkt an meinen Augen. Ich habe den ganzen Tag Probleme mit dem Gucken. Am Computerbildschirm sehe ich dann gleich gar nichts mehr. Und, ähm, ja, das ist ein Problem. So. Ein paar neue Mods hat es gegeben. Alter, die rauschen hier ganz schön durch. Das will ich dir mal sagen, du. Eiei, ei, ei, ei. So. Und zwar dahingehend auch mitten im Laufen irgendwie. Also Windows kriegt das hin. Ähm, ganz ehrlich, ich hatte noch nie so viele Probleme mit einem Betriebssystem wie mit Windows 11. Das ist unglaublich. Wenn du es neu aufsetzt, läuft das wie Ditken. Kein Problem. Selbst mein Videoschnittprogramm lädt unheimlich schnell. Ja. Nach einer gewissen Zeit, so wie jetzt auch wieder, braucht das dann mal eben zwei Minuten zum Hochfahren. Das ist unglaublich. Ich hoffe, dass Windows 12 besser wird. Also 11 ist eine Katastrophe. Ganz ehrlich. Flüssig geht anders. Ja, was machen wir denn noch diese Woche? Genau, wir fahren erstmal natürlich eine schöne Tour. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich spätestens am Donnerstag einen neuen Kühler bekommen für meinen Peser. Wobei ich festgestellt habe, selbst unter Last die Temperaturen, das hält sich alles im Rahmen. Ähm. Das geht alles. Kommt trotzdem einer mit einer größeren TDP drauf und dann gucken wir mal, was läuft. Ja, ich werde müde, ich weiß. Es hilft aber nichts. Ich muss erstmal zu meiner Werkstatt, weißt du? Wenn die da vorne weiter so kriechen, wird das heute nämlich nichts mehr. Alter. Die fahren auch gerade so schnell, dass sie nicht umkippen. Scheiße, auch noch verfahren, Mensch. Ja, Verstoß gegen die Ruhezeiten. Kann ich hier durch? Nee, natürlich nicht. Da oben vielleicht links, geht das? Ach, hier ist die... Hier war die Welt zu Ende. Alter. Was haben die hier für Löcher gelassen? Das ist ja unglaublich. Guck mal, wir können das Land da aufsatteln. Scheiße. Pass auf. Machen wir es anders. Da kommen wir ohne Hilfe sowieso nicht mehr raus. Dann holen wir uns eine Entspurt. Ja, mach da mal weg, dass ich weiß, wo ich hin muss, Mensch. Außerdem stehe ich mit... Ja, super. Mit dem Arsch fast unter der Karte. So, wo ist meine Garage? So, passt das? So, jetzt. Passt. So, dann holen wir uns jetzt eine Fracht und gucken mal, was es gibt. Das hat ja keinen Sinn, wenn wir da neun Stunden schlafen müssen. Und uns fehlt dann ein Auftrag. So, wir sind hier. Natürlich irgendwie überhaupt gar keine Aufträge mehr da. Was haben wir denn an schnellen Aufträgen? Wir suchen ja immer noch die Lebendrin davon. Deutschland nach Skandinavien. Und dann zieht ich nach Utena. Von Russland nach Polen. Das machen wir. Wir fahren von Russland nach Polen. Junge, Junge, Junge. Irgendwie steht mein Lenkrad falsch rum. So, was haben wir hier? Wir haben einen Mercedes. Ein Mercedes haben wir bekommen. Es scheint aber eine reichlich alte Schüssel zu sein, oder? Sieht das falsch? Ja, der Neueste ist das nicht. Ja, wie gesagt. Ich werde jetzt noch das Video aufnehmen. Durchrendern für morgen. Genau, dass Windows mein System zerlegt hat, habe ich gesagt. Musste ich ne Wiederherstellung machen, dann hat's wieder funktioniert. Landwirtschaftssimulator vor nur noch bis 99%. Und dann ist es nicht so, dass er sich totgelaufen hat. Nein, er ist abgestürzt. Dann gab's ne Fehlermeldung. Kann den Speicherbereich sowieso nicht schreiben oder nicht lesen oder was auch immer. Und dann, ja, mal gegoogelt nach dem Fehler. Ist bekannt. Passiert, wenn zum Beispiel bei Windows irgendwas kaputt ist. Und dann steuert er die Grafik nicht richtig an. Und so weiter und so fort. Und, ja. Wie gesagt, hoffen wir, dass Windows 12 wieder besser wird. Genau, dann habe ich gesagt, ich kriege einen anderen Kühler. Da wird's dann Unboxing noch zu geben. Und wahrscheinlich auch ein Montagevideo. Wenn das alles so passt. Und bei der Gelegenheit kann ich ja den Rechner mal wieder reinigen. Das heißt, die Grafikkarte braucht nicht. Die ist ja gerade neu. Ansonsten. War auch sehr erstaunt mit den Spannungswandlern, die da drauf sitzen. Dass die tatsächlich auch nur so um die 57 bis 60 Grad laufen. Das ist durchaus normal. Die könnten wesentlich mehr. Ich denke mal, auch mit dem übertakteten Prozessor. Das juckt den deswegen nicht viel. Weil auf diesem Board auch, ähm, 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 sagst schnell, andere Prozessoren geschaltet werden können. Die größer sind als das, was ich jetzt habe. Was auch interessant war mit dem, ähm, Programm, ich glaube, Hardware-Info war's. Dass mein Rechner im Schnitt 2,9 von den, ähm, 6 Kernen braucht. Im Maximum 4,9. Ja, das heißt, man sieht eigentlich, das ist völlig ausreichend. Man muss nicht ständig aktualisieren. Was soll ich mit dem 8 Kerner? Da liegen, ganz ehrlich, wenn er jetzt nicht mal die 6 braucht, was soll ich da mit dem 8er? Das haut ja alles hin. Das ist ja alles gut, weißt du? Und wenn er dann so liest, äh, mit deinen Specs wird das aber nichts. Das ist völlig ausreichend, das System. So. 242 Kilometer haben wir nur. Die werden wir aber heute trotzdem nicht schaffen. Ganz einfach, weil ich müde und K.O. bin. Am liebsten, aber wir haben erst 10 Minuten rum. Das wird nix. Würde ich jetzt da auf den, auf den Restplatz fahren. Aber ich könnte mich an die Regeln halten und vielleicht den nächsten Restplatz nehmen. Mal schauen. Wir sind jetzt in Russland noch, ja? Wir sind noch nicht über die Grenze. Ähm, ja, zur Russian Map hatte ich ja schon mal gesagt. Ich hätte sie gern. Wenn SCS sagt, ja, wegen den Sanktionen damals gegen Russland und so, äh, werden wir die jetzt nicht rausbringen. Ich sag mal so, hab ich ja auch schon mal gesagt, das Land hat da nix von. Ähm, dem tust du damit nicht weh, ob die Karte jetzt veröffentlicht wird oder nicht. Den Bewohnern sowieso nicht. Und letztendlich, wenn man es denn möchte, kann man ja sagen, okay, wir verkaufen das DLC und entweder alles oder 50% davon spenden wir. Bringt immerhin mehr Geld, als wenn man das Ding jetzt brach in der Schublade liegen lässt und nur mit, äh, wegen Hass auf Russland, äh, das ganze Ding nicht veröffentlicht. Mal abgesehen davon, dass diese Sanktionen sowieso nix bringen. Laut Angaben beziehen wir ja trotzdem russisches Gas nur von anderswo. Das ist, ähm, ja. Ja, gut, bei unseren Politikern muss man sowieso fragen, was habt ihr genommen, gebt mir, gebt mir auch davon, sonst kann man das Ganze nicht mehr ertragen. Das ist, äh, ne? Ölpumpen! Ja, und das Zeug karren sie jetzt irgendwo ins Ausland und von da aus kommt sie dann wieder nach Deutschland. Doch cool. Eieiei, da drüben hat's geknallt. Ja, heute werde ich wirklich pünktlich beenden und dann auch gleich ins Bett gehen. Macht echt keinen Spaß, wenn du am Rechner sitzt und, und, und kneifst quasi die Augen ständig zusammen. Ähm, da soll ich wieder nicht durchdürfen. Wartet mal. Ich muss aber, ich habe lebend, lebende Tiere an Bord. Oh. Na, kommen wir da durch? Ei, 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 ei. Ah, nur kurz auf die Leitplanke gefahren. Aber nichts passiert. Das heißt, es war ja nicht mal, keine Ahnung, was das war. Aber alles perfekt. Oh Gott, was bin ich schuldig, Leute. Schuldigung, schuldigung, schuldigung. Wann bin ich froh, wenn ich gleich im Bett liege, ganz ehrlich. Leck mich am Himmel. Heute wäre einer der Abende, wo ich beim Sex einschlafen würde. Gut, hab eh keinen. Ach, interessiert auch keinen, aber... Ja. Wollen wir gucken, kriegen wir gleich noch einen Parkplatz? Vielleicht. Sonst muss ich mich auf den Seitenstreifen stellen. Und sagen wir mal so, dafür, dass das so eine alte Schüssel ist, hier läuft der ganz gut. Vielleicht sollten wir uns als nächstes mal wieder einen Actros holen. Okay, da die Ampel gleich sowieso wieder rot ist, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Abo, über ein Däumchen, über einen netten Kommentar. Passt auf, was ihr sagt. YouTube filtert alles raus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh an dieser Stelle wieder. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Musik